Dioda das Soda ist ein Salzmineral aus der Mineralklasse Delcarbonate. Es kristallisiert im monoklinen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Na2CO310H2O und stellt damit das Decahydrat des Natriumcarbonats dar. Soda entwickelt meist farblose, weiße, graue oder gelbe Ausblühungen bzw. krustige Überzüge auf Salzgesteinen. Klassifikation In der mittlerweile veralteten aber noch gebräuchlichen Acht-Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte Soda zur gemeinsamen Mineralklasse Delcarbonate, Nitrate und Borate und dort zur Abteilung der wasserhaltigen Carbonate ohne fremde Anionen, wo es zusammen mit Bailucid, Choconatronid, Galucid, Pirsnid, Thermonatrid und Tronar eine eigenständige Gruppe V.D. bildete, die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association verwendete 9. Auflage der Strunzzen Mineralsystematik ordnet Soda in die neue Klasse Delcarbonate und Nitrate ein. Dort gehört es nach wie vor zur Abteilung der Carbonate ohne weitere Anionen mit H2O. Diese Abteilung ist allerdings noch präziser unterteilt nach der Größe der beteiligten Kationen, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung mit großen Kationen zu finden ist, wo es als einziges Mitglied die unbenannte Gruppe V.C.B. bildet. Die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Soda wie die alte Strunzsche Systematik in die gemeinsame Klasse der Carbonate, Nitrate und Borate ein, dort allerdings in die Abteilung der wasserhaltigen Carbonate. Hier ist er als einziges Mitglied in der unbenannten Gruppe 15.1 Uhr 2 innerhalb der Unterabteilung der wasserhaltigen Carbonate mit A plus X zu finden. Modifikationen und Varietäten Soda ist eine von sieben Modifikationen der chemischen Verbindung Natriumcarbonat. Die anderen Modifikationen sind Wasserfreies Natriumcarbonat Natriumcarbonat Monohydrat Natriumkalziumcarbonat Dihydrat 2,2H2O Mineral Pyrsneid Natriumkalziumcarbonat Pentahydrat 2,5H2O Mineral Galucid Natriumcarbonat Heptahydrat Natriumcarbonat Hydrogencarbonat Dihydrat Nat 2,2H2O Mineral Throna Bildung und Fundorte Soda bildet sich vorwiegend durch Verdunstung an den Rändern von Salzseen oder durch Ausfällung am Seegrund bei kaltem Wetter. Fundorte sind verschiedene Natronseen unter anderem in Ägypten, Äthiopien, Bolivien, Großbritannien, Italien, Kanada, Mongolei, Ungarn, Russland, Schweiz und den USA. Kristallstruktur Soda kristallisiert Monoklen in der Raumgruppe CC mit den Gitterparametern A ist gleich 12,83 A, B ist gleich 9,03 A, C ist gleich 13,44 A und Bitter ist gleich 123,0 Grad sowie 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle. Elementarzelle Verwendung Bereits im Altertum wurde es allgemein als Reinigungsmittel unter anderem für Glas verwendet. Im alten Ägypten diente es zur Trocknung von Leichen und damit der Mumifizierung. Die Römer der Antike versuchten mit alkalischer Birkenasche oder Soda Haare zu bleichen. Soda ist ein wichtiger Rohstoff bzw. ein wichtiges Hilfsmittel zur Herstellung von Glasbleichmitteln, Waschmitteln, Farbmitteln, Gerbereiprodukten. Die natürlichen Vorkommen reichen dafür nicht aus, sodass es weltweit in großen Mengen hergestellt wird. Siehe auch Systematik der Minerale Liste der Minerale Soda Wasser